hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von IT2 in diesem video geht es um windows 24 h2 und einen weiteren fehler der jetzt dazu gekommen ist zu der ganzen langen liste die es bereits schon gibt denn nutzer berichten seit kurzem von verschwindenden maus zeigern dies betrifft chromium basierte anwendungen wie zb den microsoft edge browser oder den chrome browser und noch viele weitere apps die auf chromium basis laufen laut den nutzern verschwindet der maus zeiger wenn ihr zb über ein textfeld wie zb bei der suche darüber geht dann wandelt sich der cursor normalerweise in ein anderes symbol aber das passiert bei den betroffenen benutzer nicht denn er wird komplett unsichtbar erst wenn der maus zeiger komplett aus dem feld wieder heraus ist dann taucht der cursor laut angaben der nutzer wieder auf das ist zwar jetzt nicht weiter schlimm aber man muss es natürlich wissen wenn man zum beispiel ein größeres textfeld hat und auf einmal der cursor weg ist und ihn dann nicht mehr weiter bewegt aus dem textfeld heraus dann ist man natürlich im ersten moment erstmal ratlos wenn ihr von dem problem betroffen seid dann hilft es laut nutzerangaben auch nicht den treiber neu zu installieren oder gar andere mäuse zu verwenden denn das problem liegt intern bei microsoft denn das problem liegt intern wohl bei windows 24 h2 denn das problem liegt wohl intern bei windows f24 h2 microsoft ist der fehler bereits bekannt und die arbeiten momentan an einer fehlerbehebung bis der fehler seitens microsoft behoben wird kann es natürlich noch ein bisschen dauern es gibt aber von windows latest einen kleinen workaround den ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte falls euch das so sehr stört dass ihr da selbst hand anlegen möchtet und den fehler selber beheben möchtet dazu drückt ihr einmal die windows taste gibt systemsteuerung ein und öffnet die alte systemsteuerung jetzt wählt ihr hardware und sound und im bereich geräte und drucker klickt ihr hier nochmal auf die maus jetzt öffnet sich das neue fenster eigenschaften von maus hier geht ihr auf den reiter zeiger jetzt müsst ihr in der liste hier unten noch den richtigen mauszeiger auswählen bzw die richtige anzeige das ist hier in diesem fall die textauswahl danach klickt ihr unten auf durchsuchen dann scrollt ihr in der auswahlliste etwas weiter runter bis ihr hier den namen beam unterstrich r seht den wählt ihr aus klickt dann auf öffnen dann auf ok und das problem sollte behoben sein dann könnt ihr die systemsteuerung wieder schließen und ausprobieren ob der fehler weiterhin besteht dank an windows latest und dank an euch fürs zuschauen wir sind damit durch und ich sage bis zum nächsten video bis zum nächsten video